Servus, heute habe ich eine Seite in einem Art-Journal für euch dabei. Der Hintergrund ist mit Collagepapier beklebt und da kommt jetzt ein bisschen Cesso drauf und zwar verwende ich dafür das Malmesser. Für ein bisschen Farbe im Hintergrund verwende ich Acrylfarben und tue die mit Wasser ein bisschen verdünner. Bis zum nächsten Mal. Für wenige Details im Hintergrund verwende ich einen Script Stempel von Stamplorations und den stempel ich einfach so ein bisschen kreuz und quer über meine Seite. Die weißen Farbspritzer, die kehren einfach irgendwie immer dazu. Das Hauptmotiv stempel ich mit Archival Ink und das koloriere ich danach mit den Distress Inks. meinen Titel, das ist ebenfalls ein Stempel von Stamplorations, genauso wie der Schmetterling, den habe ich auf so Seidenpapier gestempelt und gebe den jetzt mit Gelmedium auf. Musik 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 Meine Seite ist fertig, ich hoffe euch hat das Video gefallen, dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch und vielleicht lasst mir gleich ein Abo da. Ich hoffe euch. Ich hoffe euch! Ich hoffe euch! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.